Wie seht ihr es da aussen? Verzählt es uns, choice.ch-onner. Habt ihr auch Ähnlichkeiten mit den Zahlen mit euren Eltern? Warum glaubt ihr, habt ihr damals zu wenig Geld? Aber wir haben euch auch schon ein paar Fragen gestellt vor dieser Sendung. Wir wollten auf Facebook wissen, für was ihr am meisten Geld ausgibt. Was ist wirklich das, was ihr sagt? Okay, ganz ehrlich, da gebe ich es am meisten aus. Und das Erste war der Ausgang. Partys, Ausgang und Alkohol haben ganz viele Leute gesagt. Wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, ich muss mal budgetieren, ich habe zu wenig Geld, ist das auch etwas, was ihr oft gehört? Ja, das ist sehr wichtig. Das hören wir viele. Ich finde das noch krass, weil ich habe mir meine Gedanken gemacht. Mein Eindruck ist, eigentlich könnten wir voll auf das verzichten. Alles, was wir gesehen haben. Aber in dem Moment, wo wir mit unseren Kollegen unterwegs sind, auch dabei sein wollen und auch mit trinken wollen, verlieren wir die Konsequenzen. Beobachtet ihr das sozusagen so? Ja, genau. Also das ist soziale Kontakte oder mit jemandem zusammen sein, das ist ja sehr wichtig für einen, für eine Person. Und das geht heute in der Schweiz sehr oft, dass man sagt, ja, komm, gehen wir etwas trinken, gehen wir einen Kaffee trinken oder gehen wir zusammen in den Ausgang. Und dann, ja, Ausgang kann sehr teuer sein, wenn es regelmässig ist. Und ja, da gibt es, sagen wir mal, einen alten Trick, den hat vielleicht der Grossvater schon mal erzählt oder so. Nimm einfach so viel mit und du würdest ausgeben. Ja. Und es ist dann vielleicht nicht so cool, wenn du eigentlich gerne noch bleiben und so, und dann hast du kein Geld mehr. Aber ja, das ist eigentlich cool. Also, ich würde jetzt so sneaky und einfach wieder aus dem Club rausgehen und schnell bei einem Automaten Geld abheben. Mhm. Das ist dann so, weisst du, der Trick finde ich voll gut. Aber ich würde dann einfach so inkonsequenzieren und dann finde ich, okay, komm, ich hole jetzt noch etwas blablabla. Ja. Aber das kann schon mal gut sein, wenn du eben rausgehst und zum Banken kommst und läufst und überlegst, ja, geh jetzt nochmal zurück und so. Und wenn du den Weg machst, kann es schon mal gut sein, dass du überlegst und vielleicht sagst, ja, eigentlich ist es gar nicht so cool heutzutage oder so. Voll. Dann gehen wir rein. Was sagst du eben, wenn jetzt jemand wirklich reinkommt zu euch, eben wirklich, es ist so cool, weisst du, wenn du von der Auflistung her vom Geld so siehst, okay, du gibst wirklich viel zu viel aus für den Ausgang. Was gebt ihr ihm für einen Tipp mit, dass man in diesem Bereich auch einsparen kann, ausser natürlich der gute alte Grossvater-Tipp? Ja, genau, der Grossvater-Tipp jetzt. Ja, es gibt viele Tipps. Also, ich denke, es ist wichtig, dass man sich ein Budget macht, um einteilen zu können, was kann ich mir leisten. Ich meine, das Ziel soll eigentlich sein, dass man den Monat bestreiten kann, und sich am 29. vom Monat noch ein paar Hosen leisten und am 30. doch noch irgendein Geld hat, um das Mittag zu kaufen. Und so, das soll es eigentlich sein. Und dort muss man einerseits auf die Hinnahmen schauen, was kommt rein, aber auch auf die Ausgaben. Und dort vielleicht auch schauen, bei den Kleidern ist es häufig so, ich kaufe irgendetwas, einfach weil es den anderen gefällt, weil ich es muss haben, weil ich dabei sein will, ich kaufe es und lege es nachher in den Schrank und lege es nie mehr an, wer hat das nicht schon gemacht. Es ist so ein unnötiger Kauf. Genau. Also die Sachen, dass man sich einfach probiert, dort Gedanken zu machen, dass das nach dem Schluss aufgeht. ich nicht soarge. Ich weiß, dass das das nicht soarge, ich weiß, dass das das nicht soarge, ich esempio nicht soarge, Ich denke mir,